So Leute, herzlich willkommen zurück zu Illusion of Time. Hier ist die Yoshina. Und ich würde sagen, es geht weiter. Ich weiß, was zu tun ist. Hier war ich schon richtig. Ich habe mir schon gedacht, hier muss irgendwas zu machen sein, und zwar hier rein. Und ich habe mir gedacht, bevor ich da 100 Jahre wieder rum suche... Äh, Moment. Ich werde doch gleich etwas verwirrt. Ach, da muss ich rein. Wenn ich da 100 Jahre rumsuche, habe ich nachgeschaut. Ich gehe ganz ehrlich zu. Ah, siehe da. Der Wind wird durch eine Spalte in der Wand. Hier ist ein Geheimgang. Ja, super, oder Leute? Weil es immer das so was macht. Naja, man hätte irgendwas mit diesem Feuer. Das hat schon eine Bedeutung. Ach, du Scheiße. Hier geht es nämlich weiter. Sieben Gegner, ein Schatz. Das war das, was ich vorhin immer gesehen hatte. Ach, du Scheiße. Was sind das denn für Viecher? Woa, ich habe... Ach, du Kacke. Jetzt kommen auch noch neue Gegner. Wie die gucken, die Skelette? Woa! Habt ihr gesehen? Der hat nicht richtig funktioniert. Der Dash. Der Psycho... Der Dash, äh, Dash, sage ich immer. Slider, oder? What the heck? Hier ist gleich zwei, oder was? Ich mache ihn einfach so. Und mit dem... Woa! Ich dachte, ich kriege den gleich tot. Bams! Yay! Was habe ich bekommen? Deine Abwehr hat sich erhöht. Yay! Hey, hat er mich jetzt noch getroffen? Ne. Was ist das denn? Da kann ich auch rein, ne? Da kann ich... Kann ich da rein? Ich kann da tatsächlich rein. Ahaha! Yay! Rotes Juwel gefunden. Das war nämlich der Schatz. Genau. Moment. Du hältst das Juwel hoch. Genau. Jetzt habe ich es zum Juwelier gebracht. Ach so, ja. Natürlich ist es so klein. Mach deinen Dash... Äh, dein Psycho... Slider, Dingsbums. Windtunnel. Ach, du heiliger Himmel. Ach, du heiliger Wind. Jetzt geht es mal hier richtig... What? Ich werde... Äh? Äh? Wie soll ich das denn machen? Ich werde vom Wind weggeweht. Ach, du heiliges Kanon. Das ist scheiße. Und dann kann ich noch Gegner besiegen. Ahaha! Leute, das könnt ihr nicht verlangen. Kann ich da nicht ein Stückchen nach oben? Ich bin gefangen. Soll ich den denn da oben besiegen dann? Kann ich mir das mal... Ehmann fahrern? Das ist ja... Scheiße. Ja, da will ich rein. Ja, Gott sei Dank. Was ist das denn bitte mit Wind? Sind wir hier bei Super Mario oder was? Ja. Geh da rein. Ah! Du musst scheiße die Tasten drücken. Wie willst du denn rennen? Oh, ich habe es nicht drauf hier, ey. Mann, diese Scheiße geht mir auf den Senkel. Rein! Geh rein! Oh, du bist ein Trottel. Wehe, wehe. Ah! Moment, Leute. Ich muss kurz ein Save-State machen. Wie soll ich denn da hoch... Mir tut schon die Hand weh. Das hängt da auch noch am Stein fest. Ah! Das ist scheiße gemacht. Wer hat das denn erfunden? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich mache hier kurz ein Save-State. Das ist halt dumm gewesen gerade. Leute, ich bin außer Atem. Wer hat sich das denn erfunden, ey? Äh, ausgedacht. Ja, ist ja gut. Ihr seid doch... Der Regis mit seinen Rippen. Ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen? Der dreht ja völlig ab hier. Warte mal. Kann man da irgendwas mit den Statuen machen? Nö. Also das mit dem Wild... Das mit dem Wind... Das mit dem Wind will ich nicht nochmal haben. Das ist scheiße. Das mag ich nicht. Das war dumm. What the heck, ihr? Oh, diese... 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 Diese ausgestopften Dinger da. Das ist sechs Gegner. Ey, was... Was erwartet mich noch hier? Ich hoffe, das wird nicht so lang wie Mu. Was mache ich? Halt die Tasten gedrückt. Das wollte ich eigentlich, ja. Ja, ich bekomme was. Deine Abwehr hat sich erhöht. Yay. Ist das ein was, oder wie? Null. Ich habe alle besiegt anscheinend. Weh, es geht hier nicht weiter. Doch, es geht natürlich weiter. Und da rein. Huschen. Oh oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber hier ist nichts. Das sind jetzt keine Gegner. Hallo, ich höre keine Musik. Was ist denn jetzt kaputt? Oh oh, ich höre nur ein komisches Geräusch. Ach, du heiliger Himmel. Was? Da ist doch nichts. Ist das wieder jetzt so ein Scheiß hier? Hä? Verstehe ich nicht. Ich sehe da nichts. Ich will nicht da zurück, wo der Wind ist. Ah, hier ist ein Geheimgang. Ho ho. Den habe ich selbst rausgefunden. Und rein mit dir. Ach, du heiliger Himmel. Rechts oder links? Ine, mini, mu. Und raus bist du. Ich gehe nach links. What the heck? Falscher Weg. Haha, lame. Aber ich habe dann wenigstens schon mal rausgefunden, dass es der falsche Weg ist. Muss ich da nicht nochmal hingehen. Ähm, diese Nicht-Musik ist mir unheimlich. Boah, es ist drei Türen. Gibt es da noch irgendwas? Ich gehe einfach mal in die erste Tür rein. Oh oh, oh oh. Oh oh, Leute. Ach, du heiliger Himmel. Karas Gemälde. Sie ist in ihm gefangen. What the? Kara. Das geschieht dir recht, du hochnäsiges Ding. Puh, ich rette dich nicht. Oh nein. Doch, ich muss sie auch noch retten, wie lame. Oh nein. Oh oh, oh oh. Ich denke, da kommen Gegner. Da ist nichts, ne? Rotes Juweli gefunden. Wie ich halt heimlich immer hier Juweli finde heimlich. Was heißt heimlich? Zufällig. Genau, das ist das richtige Wort. Ich drücke einfach auf irgendwelche Tasten und finde Juweli. Yay, das ist geil. Und ich würde mit meinem Ordnungswahn, muss das natürlich gleich ausrüsten. Und zum Juwelier fliegen lassen. Okay, Leute, Leute. Ach du Scheiße, der malt. Picasso oder was? Das ist der Ischda. Bist du gekommen, um Kara zu holen? So geh in diesen Raum. Wenn du dort alle Rätsel löst, gebe ich dir das Mädchen zurück. Nein. What the? Welche Rätsel? Leute, hier wird gesaved. So, Leute. Ich habe nur einen kleinen Schnitt gemacht. Und er hat uns ja gesagt, was wir, ja, naja, was wir machen sollen. Na ja, geht so, ne? Oh, oh. Okay. Was? Oh Gott. Beobachte gut den Zustand dieses Raumes. Verlasse ihn erst, wenn du dir alles gemerkt hast. Oh, oh. Ach du Scheiße. Okay. Wenn ich das jetzt laut sagen muss oder laut denken, was haben wir denn? Wir haben hier einen braunen Krug. Braun, silbergrau, blau, keine Ahnung. Hinten zwei Bücher oder was das sind? Eine kleine Vase. Tischstuhl. Guck mal, ob das überhaupt dazu zählt. Hinten zwei Dinger. Braun, braun. Oh, oh. Und jetzt? Ach so, kann ich nicht mehr zurück? Okay. Da rein jetzt oder was? Ah. Das ist leicht, aber braun. Oh, 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 oh. Richtig. Die Farbe des Kruges hat sich verändert. Yay. Du hast dich bewährt. Geh nun zum nächsten Raum. Okay. Ähm, das gefällt mir irgendwie. Also das ist ja noch einfach, ne? Mal sehen, was da noch kommt. Okay. Das kennen wir, sein Spruch. Hier haben wir zwei braune. Ich weiß ja nicht, ob der Stein auch dazu zählt. Steinbank. Stein. Zwei braune Töpfe da. Zwei Frauengemälde. Die eine hat eher so, also das ist eher so blauer Hintergrund. Hier ist ein blaues Oberteil an und hier ist so grünlich. Braun. Grün, blau. Grün, blau. Braun. Grün, braun. Grün, braun. Braun. Ha, das ist blau jetzt. Die ist ein Fail. Richtig. Das ist einfach noch, ne? Ah, okay. Und jetzt? Äh? Das ist eine Truhe. Darf man die jetzt nehmen, oder was? Ah, Heilkräuter gefunden. Zwei Statuen haben wir hier. Eine Truhe in der Mitte. Einen Stein. Oh Gott. Zwei Statuen. Ich finde die Unterschiede zu dem Raum davor. Achso, ich kann nicht laufen jetzt, ne? Ähm. Ja, guck doch an, was da jetzt drin ist, ne? Richtig. Oh, richtig. Der Inhalt der Truhe hat sich verändert. Okay, was ist da jetzt drin? Kann ich das jetzt sehen, oder was? Ah, doch. Ja, rotes Juwel gefunden. Wie geil. Wie geil. Ich bekomme hier noch voll die Sachen hier auf meiner Reise. Und voll die Heilkräuter, ey. Ich gehe ja ab. Bla, bla, bla. Genau. Schön für Ordnung sorgen. Was ist jetzt hier drin? Wow. Eine Frauenskulptur oder irgend sowas. Zwei Faces. Ein Stein. Frauenskulptur. Zwei Faces. Ähm. Hm. Hä? Das sieht aber irgendwie alles gleich aus. Ähm. Hä? Scheiße, du hast versagt, junge Abenteurer. Von nun an wird die Prüfung schwieriger. What the? Wieso wird schwieriger? Ich lege das nochmal rein. Ach so. Toll. Ich muss auf alles achten. Was? Was konnte denn da ver... Das war doch alles gleich. Was soll das denn überhaupt? Faces, die waren gleich. Oben. Das hat... Naja. Zag mal. Hm. Okay. Ähm. Ah, Moment einmal. Zählt es auch, denn seine Haare wehen jetzt? Ich probier's mal. Richtig. Der Wind durchweht dein Haar. Oh, das ist lame gemacht. Du hast die... Oh Gott. Du hast die Prüfung erfolgreich bestanden. Du darfst wiederkommen. Das zählt auch mit dir. Also bitte. Ich darf jetzt zurück zu dem Maler, oder was? Rennen. Okay. Rennen wir einfach mal. Was sagt er mir dann? Gibt er mir die Cara, oder was? Die will ich doch gar nicht. Hohoho. Ja, ich muss ja auf dem Bild retten, aber das war's dann auch. What the? Ach du Scheiße. Oh oh. Magisches Puder gefunden. Was kann ich denn damit anfangen? Wuh. Okay. Ich erwartete dich bereits. Verstreue ein wenig von dem magischen Puder über Caras Bild und küsse es. Sollte dir wirklich viel an mir liegen, geschieht etwas Wunderbares. Ich habe ein Selbstporträt gemalt. Bald werde ich ein stummes Gemälde sein. Du solltest dich jetzt um Cara kümmern. Wie ich das machen werde, werdet ihr im nächsten Part sehen und mal gucken, ob ich dann wirklich das Gemälde küssen muss. Also ich kann mir das gar nicht noch nicht vorstellen. Auf jeden Fall. Das war Illusion of Time. Irgendwie eine coole Folge. Ein cooler Part irgendwie. Also lauter witzige Sachen passiert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.